so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play rom 2 mit den sylokin und ja wir werden wieder extrem angegriffen aber also den werde ich save ja schau mal also der sagt zwar dass ich keine chance habe aber deswegen immer das selbst spielen vor allen dingen wenn man nicht hier eine garnisons flotte hat und der nur so rumtümpelt mit seinen kleinen bötchen die da kommen alle an die da das habe ich eigentlich relativ easy in der tasche so hier die immer hierhin die gehen dahin die gehen dahin so easy habe ich hier ja habe ich angemacht und letzte ich versuche eher die vorderen die vorderen abzuheben abzuheben die vorderen zu treffen dann kann ich das ist gut das ist nicht gut männer wanken das ist auch gut ist gut eine gesamte das war krass ich habe verpeilt dass die ziemlich ziemlich krasse wofür haben wahrscheinlich hat der gemeinte und deshalb deswegen so gute chancen hat zu gewinnen weil wurfsperre sind natürlich sehr sehr gut sehr sehr gut gegen piknieren okay da hat der hier nackte die nackten haben glaube ich keine sperre wenn ihr wo denn ne sehr gut dann gehe ich da weiter ok dann kann ich ja die da schon mal holen ja formieren sich mal neu ja ihr sollt schneller rudern und dann hört er auf zu rudern ist sehr gut das war eigentlich echt interessant dass die dann alle untergehen ok einen erwische ich noch wenn man die nackten sehr schön vielleicht noch ein als ob die hier sterben würden bei den die nackten also bei ein paar dinge die panzer würde ich vielleicht verstehen weil die weil die haben ja ich wäre klar kommen den stubser hättest du noch das ist ein schwer egal egal den hätte er aber locker noch machen können genau weil die gepanzerten einheiten haben ja schwere kleidung an und ja das ist alles nicht so gut dann kann ich schon verstehen dass die dann sagen ja die ertrinken sofort ja also ja oder hier ne ja so ein bisschen schwimmen hätten sie schon können wobei wobei bei dem d-day bei der invasion von den alliierten auf war das auch so dass sehr viele von den alliierten im seichten wasser ertrunken sind weil die einfach also die ganzen wellen und ihr ganzes equipment hat die einfach runter gezogen ja schon krass ne ich mach mal ein bisschen schneller hier ach das ist ein blankler ja super ja den nehmen wir noch mit direkt der kommt hier hinten ja 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 Das war's dann, kann man eigentlich vorspulen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ich weiß nicht, wie er kommt. Also ob er nicht dann komplett tot ist? Nee, ich glaub nicht. Hab ich dir nicht gesagt, dass du auch kommen sollst? Ich dachte eigentlich ja. Naja. Okay, let's go. Okay, also ich muss zugeben, wenn ich die 1, 2, 3, 4... Also wenn ich nicht 5 von denen versunken hätte oder noch mehr, dann wär's geil knapp gewesen. Weil die Adeligen zum Beispiel und die Schwerter, die waren schon, die wären schon heftig gewesen. Aber trotzdem, also selbst wenn die volle Macht mich angegriffen hätte, hätte ich's geschafft. Sehr safe eigentlich. Okay. Äh, ich kann nicht klagen. Ich kann und will nicht klagen. So. Jetzt, äh, verdünnisieren sich die meisten schon mal. Außer der da. Der wird jetzt wahrscheinlich angreifen. Genau. Ähm. Jetzt habe ich ja zwar noch ein bisschen mehr, oder? Der hat halt auch wieder so eine riesige Plänklerarmee. Das ist widerlich. Das ist absolut widerlich. Die Frage ist, ob ich ihn wirklich da... hier fesseln kann. Ähm. 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 ich versuche wieder die gleiche taktik so dass er hier rein geht entschuldigung mob aber ihr seid für die pfeile da er geht jetzt nicht aus dem rum oder das ist sehr schlecht unsere versteckten einheiten wurden entdeckt ja 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 Ich stoße die mal weg. Okay, das da ist wurscht. Da greife ich den jetzt mal an. Alter, da ist halt nichts mehr. Der Raged hat mich schon wieder. Das nervt jedes Mal so krass extrem. Wenn du die Einheiten, vor allen Dingen Plankler, wenn du die Einheiten auf Plankler schickst und dann weiter die Armee weitermachst, und die dann aus irgendeinem Grund nicht mehr die verfolgt, sondern einfach stehen bleibt. Nerviger geht es echt nicht. Das ist halt... Ja, dann bleibt die halt stehen und kann einfach plattschießen, so ungefähr. So, ich gehe mal außen rum. Der wird wiederkommen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, die bleibt wieder stehen. Ja, selbst schuld. Willst du mal aufhören hier zu ragen hier? Diesmal wieder Zeit zum Normal-Sein. Na, dann stirbst du halt. Gut. Das ist mäßig, das ist sehr scheiße gelaufen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Du sollst angreifen, du... Schnabbeldi-Bub-Arsch. Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen krass angepisst, aber... Ja. Das war klar. Hier geht raus. Jagd die. Das war ja immer noch. Hey, hey, hey. Der bleibt jetzt einfach in Rage-Mode, oder? Solange bis... bis er alle von uns gekillt hat. Ah, das tut so weh. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Pügelmänner! Vergis! Bei dir Blut! Mööööö. Der feindliche General ist tot. Wir in der Breite! Hä? Oh Gott, das war eine sehr schlimme Schlacht. Es ist auch immer so nervig, wenn vor der Schnauze so ein riesen Pug ist an fliegenden Einheiten und die dann irgendwie hier hinten hingehen und nicht hier voller. Okay, ich muss aufhören, sonst killen die noch mehr von mir. Sag mal, die haben 238 getötet und ich habe aber 400, also das Doppelte verloren durch diesen blöden Ein-Elefanten. Er hat halt auch nicht aufgehört, obwohl der nicht beschossen wurde. Naja, okay, okay, egal. Hauptsache, wir haben gewonnen. Das ist schon mal was. Okay, den vernichte ich dann mit der Armee. Dann gehe ich nach Dura oder nach Eddessa. Hm. Ich glaube Dura erstmal. Ach, schon wieder. Ey, wehe, die klauen mir schon wieder Einheiten. Wehe. Es ist nicht nett. Schauen darf man nicht tun. Okay, hier ist der Athena, der kommt auch her. Okay, Tyrosel wird jetzt auch bestimmt fallen. Umsturz, der Garnison, das ist in Ordnung. Äh, Ausrüstung. Fehlen da... Oh. Mit ihren unangemessenen Handeln hat sich eure Diplomatin ein Todesurteil eingehandelt. Das ist sehr gut. Rebellion bevorstehen. Schon wieder. Diplomatin gerichtet. Äh, fand ihren Tod. Ja, gut. Dann muss ich hier eine neue Frau finden. Das war mehr oder weniger mein Ziel auch. Äh, religiöse Ehefrau. Oh, begabter Ehemann. Plus 20 auf Kinder. Dann, dann... Mal los. Aber der ist schon 51. Äh, das ist nicht gut. Also. So was hasse ich auch. Ich weiß, ich sag, äh, in letzter Zeit oder in den letzten Folgen oft, dass ich irgendwas hasse. Aber wenn so ein hochgradiger General, den ich so hoch gepusht hat, hab... Und der ist erst 35. Oh, man. Wenn so ein cooler, mit so einer coolen Frau, dann, äh, katharisch, irgendwie so eine katharische Familie dann gründet. Das ist mehr als ärgerlich. Okay. Also, Tyros hat hier und hier etwas größere Feinde. Okay. Die da brauche ich da nicht hinzugeben. Wieso ist hier eigentlich so ein Blünder? Minus 20. Äh, ey. Ne? Das nervt. Okay. Also, ich glaube... Ich hole mir jetzt trotzdem... Diese... Stadt. So, minus 30 zwar, aber das ist wurscht. Hier... Wieso sind die Picken so down? Hm. Naja, aber... 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 Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Wieso... Also, 900... Der ist noch vollzählig. der müsste mal was die ja oder einfach nur rekrutieren bürgerkavallerie ja der kann halt so ein schmarrn nur rekrutieren er kann hier sogar angreifen aber er hat das wird er nicht schaffen die ist befestigt okay der holt sich jetzt mal ein bisschen wasser mädel so der da holt sich hier glaube ich nichts er kann sich gerade auch nichts holen außer persische sönderkameleien okay ein bisschen sind wir jetzt gewachsen aber es sieht immer noch sehr rot bei uns aus er plündert immer noch und er wird gerade von allen umringt das ist ganz gut okay mit dem wollte ich eigentlich jetzt eigentlich hier nach dhura und so weiter aber mit den zwei armeen hier mache ich das nicht nächste runde kommt drauf dann kommt sehr stark darauf was an was er macht vier öffentliche ordnung 1000 dass das ist noch zu teuer 900 maritern der bekommt noch was der plato ist noch nicht verheiratet plato 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 der da sehr schön küchengöttin sehr gut und ihr bitte auch kinder machen das ist sehr sehr wichtig sehr importante und ja es ist schon eigentlich schon wieder warte mal gut ich kann pause machen gut ja was mit pontos passiert was er mit seiner armee macht das werden wir gleich erfahren beziehungsweise ihr erst in paar tagen und ich jetzt gleich genau dann haut rein und hat noch einen tollen tag und bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.